Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Zum Aufwärmen. Und ja, die ersten Eindrücke waren mega nice. Schauen wir mal, was jetzt noch passiert. Legen wir los. Let's go. Weißt du was, wir gehen mal nach Fight Night. Da war ich, glaube noch nie als First-Stop-Score. Kommt immer noch was mit? Ja, lass doch hier hin, oder? Oder direkt rein. Nein, direkt rein in den Box-Ring. Oder? Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Da kommen auf jeden Fall welche mit. Wir gehen auch direkt rein in den Box-Ring. Ein Rave und ein Seer, glaube ich. Bis steppert. Ich bin oben gelandet. Du bist halt einfach blöd. Goldene Eva, ist die gut? Hab's cracked. Low. Ist wieder drin? Hol sie dir. Ja, ist ein Sword Blade. Die ist richtig low. Die ist One-Shot, ja, ja. Hab sie. Ne, du hast sie. Ich wollte eigentlich den Seer trappen, aber... Das ist der andere. Das ist der Depp. Der ist, glaube ich, abgehauen. Der ist hier hoch. Ja! Oh, er ist hier. Boom! Hahaha! Digger, kommst du. Diese Stimme, ne? Oh, ja. Oh! Weg! Well, that escalated quickly. Oh, yes, baby. Oh, jetzt bin ich getrapped. Scheiße. Was mach ich nur. Alter, 700 Light M, Alter. Übertreib halt. Ich nehm einfach mal 420 raus, ne? 420. Jojo. Jojo. Mach ruhig. Ich, ich, ich... Ich, 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 ich glaube dir gleich den Night Market. Äh, was? Den Night Market? Wer kennt ihn? Hahaha! Jetzt hab ich ja... Du hast so einen an der Klatsche, das ist unfassbar, ne? Ich hab gerade an Valorant gedacht. An Valorant? Du denkst, wenn du Apex spielen, an Valorant. Dass du dich nicht schämst, Alter. Dass du dich nicht schämst, wirklich. Das ist Wahnsinn. Lass mal rüber zu, äh, äh, ne? Weiß schon. Ne? Carrier, danke. Ne, ich brauch deine Almosen nicht. Ich komm mit der 301 besser, wenn sie keinen Mac hat. Hä? Deine Theorie muss ich mir erst mal auf der Zunge zergehen lassen, oder? Jaja, die sind gut. Haha. Hahaha. War nicht so. Ähm. Bin ganz, oh. Lauf mal nicht so. Äh, heal dich mal, ne? Nein. Ne? Woll nicht. Wolle gar nicht. Wolle gar nicht. Wolle gar nicht. Ah, schön. Oh ja. Ja, ja, die Falle ein bisschen. Ein Level 1, so ein Energy Mac, das ist doch. Ist besser als kein Energy Mac. Ich weiß nicht, ob die unten sind, oder oben, oder? Weißt du, was das beste Visier auf der Helloob ist? Häh? 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 Im Abschnauben ist der Typ hier. Häh! Häh! 乾 wir damit hat er nicht in seinem Leben gerechnet? Wenn du dir jemandem erzählst, er hätte gedacht, ich hacke. Warst du die Loba gerade? Ja, natürlich, safe. Ja. Besteppert, Alter. Der hat gerade so einen Herzinfarkt bekommen, der Typ. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Der hat gerade so gelitten. Ich fühle das auch. Wie viele Deathboxen sind da unten, da gehe ich hin. Nee, ich place mein Night Market. Ach, nee. Wer ist denn der? Schwab. Keine Ahnung. Ah, schau mal. Einkaufszentrum. Schau mal, schau mal, die Blümmel. Die Leute, die Ulten. Ja, RIP. Hast du super gemacht. Wir geben ihm mit Trident, mit Trident, Trident. 13 Damage. Trident, Trident. Wenn du noch länger brauchst, dann komm mal nicht mit Trident hinterher. Hier sind noch andere Teams. Hier ist noch ein Team, hier ist ein Team, hier ist ein Team. Ich hab's gesehen. Noch eine Valkyrie. Hä? Was zur Hölle? Oh. Danke. Bitteschön. Spiel dich. Nee, ich mach anders oben. Wart um. Gebe ich zu. Schaffst du schon. Ich wollte den Fincher unbedingt haben. Digga, wenn du jetzt an den Prawler drauf gehst. Du schlecht, Alter. Sagt er, Alter. Sagt er, Digga. Nur bei ihm macht die Meister viel Damage. Ich verstehe. Nee, da kannst du nichts machen, Alter. Alles super. 28.000. Alles super. Ah, ja, ganz normal. Nee, alles gut. Da hättest du nichts machen können. Ich hab mir gedacht, weißt du was, ich mach's jetzt einfach einen Finisher, weil ich bin Ash. Nein. Doch, ich hab einen Finisher auf die Rave gemacht. Sonst hätte ich dir natürlich geholfen. Aber ich dachte mir, nee, ich hab jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Ich wusste schon. Weißt du, Ash ist ja auch kurzzeitig im Void, wenn sie ihr Portal verwendet. Und da hat sie schon gesehen, yo, das Schicksal ist besiegelt, die Würfel sind gefallen. Alea Iacta Est, für die Leute, die Latein hatten. Und dachte ich so, das hat alles keinen Sinn. Ich hatte es nicht und weiß trotzdem, was du labest. Aber gut. Was hab ich denn gesagt? Die Würfel sind gefallen. Da hat jemand zu für Sam vs. Wild geschaut, ne? Nein. Okay. Warte. Ja, Asterix und Obelix. Ah ja. Damals. Die Comics hab ich mir alle durchgelesen. Das ist sehr schön. Du laberst eine Scheiße. Ha ha ha. Ha ha. Ach, geil. Jetzt ist mein Handy verpackt. Ach man, Johannes. Mann! Decker, kannst du bitte mal aufhören und nicht so rumschreien? iPhone-User würde ich sagen. Bitte schrei nicht so rum. Bei deinem iPhone wäre das nicht passiert. Bitte schrei nicht so rum. Ja, ich schrei immer schon auf. Auf zu übersteuern! Ich schrei nicht so rum. iPhone-User ist nicht klar. Ja, dein Handy wäre das nicht passiert. Ich schrei nicht so rum. Ja, ich schrei nicht so rum. Alter, wann war das letzte Mal, dass ich so rumgeschrien habe? Ich kann nicht mehr! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin auf meine Kopf! Oh nein, das ist zu viel für mich. Ich muss drin lassen. Ich kann. Ich muss drin lassen. Das ist so geil. Ich hoffe, die Leute nehmen mir das nicht übel. Felix, du weißt, wir sind echt cool. Du weißt, dass das nur Spaß ist. Ich kann das nicht rausschneiden. Das ist zu gut. Ich kann nicht mehr. Mein Magen, mein Bauch. Oh Gott. Wegen dir ist meine Stimme so weg. Jetzt weiß ich es. Die ganze Zeit anschreiben. Komm, wir gehen mal wieder zu meinem guten Freund in Harvest. Da war ich schon lange nicht mehr. Ich liebe diesen Job. Ich mag den auch. Ich verstehe nicht, warum der so wenig besucht ist. Der ist total geil. Ich gehe hin. Ich gehe da hin. Du hast kein Handy mehr. Kommt du überhaupt nicht mehr mit? Digga, da kommt keiner mit. Mann. Mann, ey, der Spot ist so geil. Warum checkt das keiner? Leute, jetzt hier Aufruf. Landet alle an diesem Spot. Bitte. Danke. Machst du eine Petition oder was? Schon wieder. Ey, ich starte jetzt eine Petition. Nur alle, die in Fragment landen, landen ab jetzt nur noch bei Harvester. Ey, imagine, Alter. Willst du ein Game danach, Alter? Oh, ja. Alter, echt? Oh, Mann, Alter. Geil. Oh, mittlerweile mag ich die K. Aber auch nur, weil ich jetzt einen geilen Skin für die habe. Ey, ich spiele wirklich... Was hast denn du da vor? Ich spiele wirklich nach Skinsicht. Das ist total krank, aber... Ja, aber nicht nach Skill. Kennen wir es. Nach Skins, habe ich gesagt. So. Äh, bei Staging war, by the way, was, ne? Wolltest du das gesagt haben. Da, schau mal, hatte ich was für dich. Was sagst du dazu? Oh, du spielst Sniper. Ich spiele... Okay. Haben wir hier irgendwas? Digga, da muss ich wieder so weit laufen, Alter. Kannst du mir das nicht herbringen. Es gibt Gründe, warum ich hier nicht lande. Ja, es wäre halt echt ein geiler Spot, wenn hier mehr Leute landen würden, ne? Aber es ist halt wirklich genügend Loot dafür, so viele Leute. Es ist viel zu viel, aber ich finde es ein bisschen zu verteilt. Man läuft immer so, ööö, in der einen Richtung. Ja. Da stimme ich zu. So, jetzt spiele ich Elstar. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Das mache ich jetzt. Schön viel Spaß. Wo ist das goldene Ding hin, was auch immer es war? So, Car Elstar. Interessante Combo. Gibt es hier überhaupt noch Loot, oder? Ne, ist alles weg. Lass mal zu Staging, Staging, Staging. Ach, was für ein Neidmacht. Digga, die looten da, die fighten da und wir sind hier einfach am looten. Das bringt überhaupt nichts. Ja? Nein. Für was habe ich den Lover jetzt ehrlich gepickt? Ja, das freue ich mich auch. Genau, genau fürs Looten. Ja, das mache ich halt alleine, ist okay. Und dankbar, der Kerl. Hallo. Und dankbar. Na, hier, gerade eben gestorben. Gerade eben. Aber wenn du natürlich wieder hier am Schlafen bist, dann kommen wir da lang nicht hin. Alles muss man selber machen. Wie lange schläfst du? Wirklich? So ungefähr siebeneinhalb bis acht Stunden. Wenn ich länger schlafe, dann bin ich müde. Wenn ich kürzer schlafe, bin ich müde. Also, ja. So ziemlich genau das, was eigentlich die durchschnittliche Schlafmenge sein sollte. Ja, so typisches YouTuber-Life, ne? Ja, ja, ist ja gut. Es ist ja gut. Er cracked inside. Digga, Maus! Alter, Maus packt einfach rum. Ja, Maus packt einfach rum. Alles klar. Konnte nichts machen. Mhm, klar. Das ist noch ein anderes Team, ne? Das sind zwei Teams. Ich habe einfach durch die Kiste durchgeschmissen. Alles klar. Macht Sinn. Wo genau sind wir? Ich habe es drei Zerber als geschmissen und niemand ist tot. Schlecht halt. Einer down. Achso, hier links, rechts. Das habe ich doch schon längst gesehen. Komm ja, das habe ich längst gesehen. Ja, ist so. Erstmal hier geiler türkischer Apfeltee. Oh, eine Voltat für die Stimme. Da ist es auf dich. Ich nehme das, die Light-Ammo. So. Jetzt nehmen wir noch Sniper-Ammo. Nee. Nee. Das ist eine geile Kombi. Das ist eine geile Kombi. Was haben wir denn jetzt hier? Lava Siphon vor 27 Sekunden. Countdown oben vor 113. Die sind mittlerweile in Fragment vor 85. Ansonsten, ja. Wir können eigentlich wieder zurück zu Harvester actually. Oh, nicht schon wieder. Wobei, bei Firmil wird noch gefightet. Ja, natürlich. Okay, dann können wir die aus der Sonne abfangen. Passt. Bisschen was zu tun hier noch. Ah! Hä? Irgendwo da. Oh, ja. Nee, bei euch. Bei dir drüben. Bei dir drüben. Ich habe es schon gesehen. Doch, bei dir drüben. Oh mein Gott, ich sehe laut. Ja, er ist trappend, er ist trappend, er ist trappend. Er ist low. Digga, was hast du für ein Vorstand? Bei jemand anderes. Oh mein Gott. Alter, Junge. Er ist low, er ist low. Ich schieße drauf. 45, 45, Shield, Crack. 45, 45. Du bist so, hä? Was will denn er? Nein, der andere war low. Der andere war low, gebe ich zu. Ich, 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 ich lobe dich auch. Also wirklich. Felix, du hast das so gut gemacht, okay? Bist du jetzt zufrieden? Ein Leckerli will ich jetzt. Ein Leckerli. Was möchtest du denn für ein Leckerli, hä? Was kann ich dir denn bieten? Hunde Kekse. Oh, okay, nee, bitte nicht. Ja, nee. Lass mal lieber stecken. Hm, die lassen wir nicht stecken. Nee, nee, so eine Paulaner Spezies. Das ist, das ist, was ich jetzt hier möchte. Ich bin übrigens am fighten, ne? Du so? Ich loot mich hier gerade nur voll, weil ich habe ein Problem. Ach. Ich bin gerade durch den Boden durchgebackt. Geil. Auch nicht schlecht. Hat was. Das ist mein Night Market. Ach, die Night Market. Wenn du stirbst, kriege ich 10 Euro. Digga, magst du mir bitte mal helfen? Danke. Geht doch. Bitte? Wann soll ich helfen? Und jetzt, Achtung, ich poddle mich hinter ihn. Ach, nix. Ach, komm. Bist du wieder in der Action drin, bis bin ich schon lang fertig, Alter. Weißt, so läuft das hier in dem Business. Business. Ah, es ist schon geil. Doch, fühle ich. Macht fun. Ich bin dir auch anders und ziehe Apex Legends als Business an. Damit kann ich jetzt richtig durchstarten und hier die Millionen verdienen. Dropshipping, ab geht's. Alles klar. Schön wär's, Alter. Schön wär's. So. Wo war denn hier ein paar? Du wärst der erste, der hier investieren würde. Gibt es Apex Legends Aktien? Ach, bin ich dumm. Es gibt natürlich EA Aktien. EA. Apex Legends ist auf einmal seit heute eigene Firma, Alter. Oh mein Gott, ich hab'n super Gleitchen gekriegt. Wow, krasser Typ. Wirklich Wahnsinn. Heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass du so krass bist. Was willst du jetzt eigentlich hören? So, aber mich würde interessieren, wo die genockt wurden. Wir müssen dahin. Du bist in die falsche Richtung. Achtung. Du bist in die falsche Richtung, Baby. Die sind hier gestorben. Wir müssen die hier abfangen. Oder, ja doch. Ich hab' meinen Shop wieder. Dein Nightmare. Dein Night Market. Ich glaub' in Valorant gibt's gerade den Night Market, ne? Ich hab' doch keine Ahnung von Valorant. Ich hab' nur bei EA Aktien gekauft. Ne, hab' ich nicht. Hab' ich nicht. Weiß' ich. Ja, könnte man machen. Jedes Game, in dem du schlecht bist, spielst du nicht. Nicht, 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 äh, nicht in, äh, Einzelaktien. Mhm. In Fonds. Die werden jetzt von hier kommen. Pass auf. Ich sag's dir, wie ist das? Was ist das, wenn es nicht passiert? Ist blöd. Wrong Call. Die müssen aber da lang. Die können es nicht überleben, Dinger. Es ist noch nicht mal zweite Zone. Eher so, die können das nicht überleben. Ja, nein, aber die müssen da rumrotieren. Das macht alles andere. Würde keinen Sinn machen. Ach, Fräuhing Jump Drive. Da ist ein Purpshoot drin. Super. Ich hab' mir ein bisschen zu weit geflogen. Ja, auch was. Oh, ja. Bock auf Charge Reifen? Ja, war da hinten was? Ich hab' gerade auch was. Ja, ja. Nee, aber hier. Nein. Danke, dass kein Schuss reinging. Okay. Mal eine schlechte Q, gebe ich zu. Auch eine Ashe. Interessant. Oh, sheesh, Bruder. Ich bin weg. Ich bin schon vergraben. Mach halt. Buddel, Buddel, Buddel. Ja, Taka ist Schaufler, by the way, ne? Wenn du dich vergraben möchtest. Digga, er trifft einfach alles. Er ist Gott. Nee, lass da raus. Ich hab' keinen Brauch, die zu fighten. Zeig ich dir, wie es ist. Gebe ich mir nicht. Oh, ich hab einen richtig klar. Komm jetzt da raus! Der andere ist bei mir. Ich hab' doch keine Chance gegen den alleine. Ich komm doch schon. Der ist hier im Haus drin oder bei dir oben. Eins von beiden. Lass' es in die Zone. Nee. Das halten wir jetzt. Oh, okay. 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 Der ist cracked hier. Cracked, 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 cracked. Nicht cracked, aber low. Nice. Hab ihn. Töme, töme, töme. Hehehe. Hehehe. Oh shit, er hat's auch. Let's go. Nice. Ist irgendwas von den Wingman-Ammo? Ah ja, hier. Doch, liegt direkt neben dir. Schau doch an. Vielleicht manchmal muss man auch die Augen öffnen, weißt du? Hehehe. Ach, egal. Okay, 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 okay. Moin. Aha, wer ist jetzt vor dir? Wer gibt dir das den Ton an? Ich hab eigentlich jetzt ehrlich gesagt kein Problem, wenn jetzt hier eine Loba vor mir läuft, ne? Wenn ich so ehrlich sein darf. Hehehe. Du Schlinge, Alter. Ja, Schlinge, Alter. Oh, ich hab ja gar keinen Mech. Was? Ja, ist nicht mein Problem, ne? Ich hab auch keins. Ist nicht mein Problem. Ich kümmere mich um das Wohlergehen meiner Teammates nicht. Ne, warum auch? Die sind für sich selbst verantwortlich, die sind alt genug. Echt? Wobei, um Loba kümmere ich mich gerne. Bei mir ist jemand. Wie lange flog denn mein Reit? Da drin. Ich hab irgendwo so ein Jump-Pack gehört. Da drin. Da drin. Ne, hier, hier. Oh, hier oben. Ja, ich weiß. Wo? Ab ein. Hinter dir. Geh da raus, geh da raus, geh da raus. Ja, ich muss irgendwie aufs Jump-Pack kommen. Oh mein Gott, guck mal, wo ich stehe. Haha. Vorsicht, die kommen hoch, glaub ich. Die sind unten. Nein, die resen. Ist mir egal, ob die resen. Ah, schau mal, der ist fast down. Cracked. Oh yes. Der andere Squad ist da oben noch, ne? Ja, ja, das ist nur einer. Das ist mein Mate. Über uns. Oh Gott, schlecht, schlecht, schlecht. Äh, Felix, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen, ne? Anders Team, anders Team, anders Team. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss runter. Geh mal kurz raus. Ja, ich bin auch raus. Da ist es, es gehen wir aber. Es eskaliert, glaub ich, ein bisschen. Ey, hier, direkt. Hab ich. Nice, gut Schock. Einer down. Komm. Let's go. Nice. Was, das war's? Ja, das war's. Nice. Oh, wieder ein Armhalf zurück. Nice one, Alter. Das war schön, das Ende. Das Ende war richtig clean. Geil. Escalation in Fragment. Alter, Ash ist, Ash ist mega. Ash ist mega, Alter. Fühl ich. Geile Runde. War wirklich eine geile Runde. Absolut. Ja, das kann sich sehen lassen, Alter. Das kann sich sehen lassen. Leute, probiert Ash aus. Ihr merkt, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen, aber kann man nichts machen. Ist halt so. Yo. Wenn's euch gefallen hat, positiv bewerten, würde mich extrem freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.